Servus, Willkommen zu eurer neuen gemütlichen Runde. Sind Kraft da? Ist auch für euch, geht ein sowas gut. So, dass ihr rein sollt, habt ihr uns schon den 1. Mai. Ihr nehmt das direkt, wir sind am 1. auf. Leute, so ist noch zuhause mit euch, die einen neuen Rucksack bauen. Den neigen Rucksack. Ähm, CO2-Gang und die neuen Stiefel. So brauchen wir aber auch erstmal. Ist super leid, da haben wir noch nur 1. Wir brauchen 2. Deshalb müssen wir kurz bluten. Was ist wirklich y�! Wir brauchen ein gutes Problem. Wir brauchen den letzten Rucksack-Block. Wie.. 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 Wir brauchen den ganzen Rucksack-Block. Wir brauchen den Rucksack-Block. Weil, brauchen wir nicht unterwegs, weil wir gebogen es eher, ja. Aber, kriegt er die Superleiter finden, in Oliven. Aber, kriegt er, kriegt er, kriegt er. Ich bin gleich noch ein bisschen. Also weiss nicht, wir sollen gleich sein Regenschirm bauen. So. 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 Können wir eigentlich nach uns? Nein? Okay. Gut. Seid ich mal. Lämmer auch rüberzüben. Tja. Wir gucken mal eine. Gäste. Jawoll. Neue Schuhe. Willkommen. Nur um zu essen machen. Ein bisschen so. Ja. 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 �. Ja. Und so. Hohen So Weil bevor wir Bevor unser kleiner Ja Den Hummer tut Weil wir stört Müsste die Journalist sein Was wir So Er so arg drauf müssen So Musste die es nehmen So Ja, wir wollen essen, aber kein Gerät dafür, und was willst du uns lang, wenn man nichts hat? Ja, das ist wirklich eine Sache, was du? Ja, 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 ja. Jajajaj. Shit. Das ist eine Sache. Wir haben dann die höchste Ausbaustufe. Egal. Das wusste man irgendwann mal. Also, wir zerlegen uns dann einfach. Wenn wir den zerlegt haben, dann haben wir die Batsche auch wieder. So, dass wir uns abliegen. Lieden. Aber ich bin auch ein Sinnvolles. Aber irgendwas nach Weißem. Wenn unser Strom zu ist. Ja. Müsste passen. Sollte passen. Müsste passen. Ja, das passt. Jetzt. So. Ich sage, dass es jetzt kein U-Baggen gibt, in der Käste war ja kein Essen drin. Und dann ist es ein Busy Dwarf. Ich habe aber, dass wir jetzt nicht die ganzen Rücks verbraucht haben. So, wenn ich es nicht weiß, dass ich es nicht so oft, dass ich es nicht so oftbil, dass ich auf jeden Fall verwenden. Es ist gehofft. Wir gehen einfach mal, wenn ich sie nicht so oft bin und jetzt schon mal gehört. Dann passt es nicht so oft. Ich weiß nicht so oft. So. Leid, das Video ist ein bisschen Quatsch, ja. Mein... Geht halt. Besucher sind nachher angemeldet. Und... Ich weiß nicht, aber... Geht das... Ja, geht's gut. Dann gehen wir auch rüber. Die Wurrung war ja aus. Finde ich gut. Ich wusste gar nicht, dass du das Blending gehabt hast, da ich auch... ...ein Amazon-Kunde habe. Wo die Rohstoffe... Aber du merkst... Weil... ...hingehen. Wenn man unbedingt... ...ja, ich sag mal... ...ausbauen... ...sie will dann auch mal... ...rechtsgegen Überblick haben... ...Zauerschlapp... ...hängt... ...dann müssen wir erst... ...mal was tun. Aber jetzt ist es mal... ...und die Nahrung ausgegeben... ...und dann... ...wit die Nahrung ausgegeben... ...halbiangelaer bleibt... ...und dann... ...muss mal... ...üäh... ...schnein... ...muss mal da sondern... ...bum, bumm, bumm, bumm... ...bumm. So, ich würde sagen, dass wir jetzt einmal noch ein Modul anbauen. Ich habe mir das noch mal ein bisschen überlegt. Ich denke mal, ich werde jetzt das Spiel haben. Sie wollen sich näher laufen lassen. Die meisten kennen das hier. Und deshalb denke ich, dass es dann für uns schöner ist, dass wir zusammen ein anderes anbauen. So. So. Ich würde dann mal ein. So. 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 Okay. Ich habe mich nicht mehr gesehen. So, da ist die Bar hier irgendwo hier oben, da weiß man nicht, ob das hier war und das hat sogar so gesehen. Ach, wieder mal ein Bildung, ist auch ein Bildung, ich weiß es aber. So, da ist ein Bildung, ich weiß es nicht, ob es ist, ob es ist, ob es ist, ob es ist, ob es ist. Da. Wie gehen jetzt im Land, zum Beispiel, ist, ob es 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 ist, wie sein darf, vielleicht ist es, ob es weil er nicht so gesehen hat. Wo ist das? So, Dann gehen wir jetzt noch zurück und dann können wir uns auf die Niedelbeuge freien. Das war jetzt mit einem Dach, würde ich sagen, gehen wir mal in die Saisonkäste, mal gucken, ja, das ist ein neues Dangle Spiel. So, sehr nice, da können wir ja richtig einen Ausflug machen mit dem Vorjahrs. Und wie besprochen, lassen wir das jetzt mal laufen, das Spiel. Und, dass wir ein bisschen mehr den Baun haben, den Wein und nicht fändigen Essen, wenn wir ja rennen müssen. Weil wir ein Junge gut erleiden müssen, das muss ja auch nicht sein. Aber, wir nehmen den Pfad auf, das ist dann alles richtig und gut. So, jetzt dauert er noch ein bisschen Schuhe und auch so ein Zubafia. Ja. So, wenn wir die Mittel dann mal von euch abreden. Ich hoffe euch das gefallen, die kurze Runde. Wir haben noch einen schönen Feiertag und wir sehen uns in der nächsten Runde. Wer sagt, die ADS, ADS oder Blindetrafter oder auch auf einem anderen Spiel. Werden wir dann vorbereiten, neue Folgen von unseren Toren. Der kommt aber erst, ja, im Laufe der nächsten Tage, Wochen. Um wieder ein bisschen Zeitblase machen, dass das mit den Aufnahmen ein bisschen entspannter läuft. Im Moment ist das ganz gut für mich. Aber, nichts, wenn du durchst. Pass auf, wieder auf. Und ich darf das auch auf mit aufzubereiten. Bis dann. Ciao.